Musik Von Freitag dem 4. bis Dienstag dem 8. Dezember findet im Turnsaal der neuen Mittelschule Steinander Enz die Krippenausstellung des Krippenvereines Steinander Enz statt. Musik Ausgestellt sind umrahmt von schöner weihnachtlicher Dekoration, Krippen aller Kursteilnehmer der letzten zwei Jahre, Verkaufskrippen, Klosterarbeiten und herrliche Schnitzarbeiten. Musik In der Dauer von fünf Tagen präsentiert der Krippenverein Steinander Enz in unvergleichbarem Ambiente traditionelle Krippenbaukunst wunderschön untermalt von ganz besonderen musikalischen Formationen an allen Tagen der Ausstellung. Musik Beim Gewinnspiel gibt es schöne Sachpreise und als Hauptgewinn sogar eine der unvergleichbar schönen Krippen zu gewinnen. Natürlich werden die Besucher auch kulinarisch bestens versorgt. Freuen Sie sich auf eine traditionell schöne Veranstaltung als perfekte Einstimmung auf die schönste und stillste Zeit des Jahres mit der Krippenausstellung in Steinander Enz. Musik Musik Musik